Stopp, halt und mich, ich geh' nicht nach Biddyd. Hier, Herr Bannierstein. Stopp, halt und mich, keine Diskussion. Wer ist das? Stopp, halt und mich, ich geh' nicht nach Biddyd. Ich werde mich verwirrt. Stopp, halt und mich, keine Diskussion. Hier ist das Geld. Hauptsache Beiträg und frei sein. Warum hast du davon? Meine Freiheit ist so groß, so. Warum hast du Angst, für mich zu gehen? Hey, hey, wer ist der Weg? Es wird viel Gutes tun. Reibst du nur, wenn du dich nicht ganz vertraust? Es ist immer schlimmer! Schau dir doch mal in die Kräbe! Wasser! Wasser wie das Wasser-Schiff! Groß-Emp-Karte! Reibst du bitte ein! Wir haben euch niemals drei Emp-Banner gebracht! All die göttlichen Egos hat jetzt die große Not. Seht ihr nicht, dass wir sieben? Das ist schon gut. Los, bitte zu deinem Gott! Wer ist gut? Wer ist schon gut? Hey, 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 bist du? Du, hey, 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 Bruder, hey, Bruder, du kommst nach Warum? Wer bist du? Was ist der Grund? Ich verehre den Herrn, den höchsten Gott, der Land und Meer geschaffen hat. Ich habe ihm nicht gehorcht und bin jetzt auf der Flucht vor ihm. Deshalb werft mich über Bord, dann wird das Meer sich schon geruhigen. Werft mich über Bord! Der Sturm hat einfach aufgehört! Was muss das für ein Gott sein, der sogar den Wind befehlt? Sind denn all die anderen Götter Stumm und Tod, ein Stein, ein Wind? Wo ist dein Gott wie du? Wer ist so groß und so stark? Wo ist dein Gott wie du? Voll grenzenloser Macht? Äh, Al, das stinkt nach toter Fisch. Naja, was soll's. Gott hat mich gerettet und ich lebe. Er hat mich nicht im Stich gelassen, obwohl ich weggelaufen bin. Wenn Wunder geschehen kann ich es auch glauben, das geht über meinen Verstand. Ich soll jetzt gehen? Nach Niniveh. Niniveh. Und wir verehren viele Götter, unsere Stärke ist bekannt. Wirklich nichts daran zu schrecken, wir beziehen jedes Land. Ein fremder Prophet ist in unserer Stadt. Er hat gesagt, noch 40 Tage, dann ist die ganze Stadt ein Trümmerhaufen. Es ist die Strafe von Gott. Er kann nicht länger zusehen, wie böse die Einwohner dieser Stadt sind. Hört auf, Unrecht zu tun und fangt ein neues Leben an. Vielleicht lässt sich Gott ja umstimmen. Auf, Unrecht zu tun und fangt ein neues Leben an. Es tut uns leid. Es tut uns leid. Nein, das siehst du doch. Ich rede doch mit dir. Wir sind gelettet. Gott hat der Bar mit uns. Jetzt geht's richtig los. Heute gibt uns eine zweite Chance. Ich bin dein sister Be Ziel. Ich bin dein wunderschön Leute. Untertitelung des ZDF, 2020